Auf der Brücke sehe ich jetzt auch nichts. Er kommt aus der Stadt vorne. Er kommt aus der Stadt, ja. Oh, ich sehe den Typen mit der Waffe. Ich versuche zu schießen gleich. Der hockt doch am Stein, oder nicht? Das ist der Typ ohne Waffe, glaube ich. Ja, der trinkt was ohne Waffe. Mit Waffe ist genau hinter dem Typen. Auf der Hauptstraße gerade lang gelaufen. Sollen wir über die Brücke rüber pushen, oder? Können wir machen. Aber da ist ein Typ im Schuppen drin, im Schuppen, im Holzschuppen, das ist ein Holzschuppen. Ja, da ist er drin, da ist er drin, ja, da ist er drin, rechts von der Tür, aber schieß noch nicht, ich schieß mir das so kaum gleich. Das sind 500 Meter, oder? Der Typ mit Waffe rennt zu einem Schuppen hin. Hat Hit? Typ mit M4 pushen. Zwei Typen. Der Typ mit M4 pushen. Zwei Typen. Oh f**k. Von der Seite aber. Von der Seite aber. Ich bin down, hab ihn. Einen von denen, ich weiß wie viele das sind. Hallo? Scheiß Zombie. Einen hab ich. Ja. Da oben liegt auch noch ne Leiche. Auf welcher Stadt bist du gespawren? Wo die Feiten? Genau wo die Feiten. Ich bin 600 Meter vom Typ, wo du erst raufgeschossen hast. Ok. Wo liegt deine Leiche? Genau neben dir. Lauf einfach zu mir. Ich hab deine Waffe alles. Der Typ hier hat den Mosin. Mosberg. Alle das Fudel. Und hier oben die Leiche. Da liegt auch noch eine. Zwei Leute gekillt. Ich brauch dich hier unbedingt. Ja. Ich rein nehm. Du tust. Ok. Ich schaue den Skog drauf. Zwei noch hinter der Stadt. Einen seh ich. Zwei seh ich. Jetzt. Auf der Brücke rote Sachen. Ja. Hab ihn gekillt. So kommt 415 mit an das. Sie kommt vielleicht da vorne irgendwo. Wo ist er da? Ja, ja. Ich seh ihn. Jetzt hab ich ihn. Lol alter was er gefressen hat. Hab ich gemerkt. Der lebst du noch? Ähm. Bist du tot? Ja. Wohin hin sofort. Wo bist du? Haus drin. Hinter der Ecke sogar. Als hätt er sich dann irgendwie eingeloggt oder so. Ja. Ich geh den Typen am Hill. Hat ne M4. hier. Martin. Nein. Ich bin. Ich bin 5 Minuten bei dir Ok, ich kann die Leiche oben mit gleich looten Ich hab die Laufenden zum Millibelt Oh fuck, einer ist genau vor mir Ich komm hoch Komm hoch, mehr rechts, komm mit, komm mit Du kannst die Leiche looten Er hat einen Headshot kassiert, ich weiß nicht, was der erste Schuss war Kann sein, dass es noch ein bisschen aus Pristine ist Die Typen bei uns müssen eigentlich beschäftigt sein, die dürfen jetzt nicht hochschießen Vor uns Spieler? Ja, die bei uns Ich hab einen, ich weiß nicht, ob es noch mehr sind Ich bin hier, bist du das? Ja, ich bin das, ich bin das Hier vorne müssen irgendwo sein Ich sehe eine Leiche oben Dead, dead Ist tot Siehst du wo? Ähm, ja ungefähr Am Busch, am Busch da vorne Hat glaube ich keine Waffe Schuss Das war ich nicht Hast du ihn? Nee, er hat mich Ich hab ihn aber übel Die ist gar klickt Hab ihn Alter, ich hab ihn ganz ins Magazin reingeholzt, ist kein Treffer gelandet oder so Der Huren Bambi Der Huren Bambi Ich hab die Waffe gelandet Kapit? Noch einer down Ja, f*** der Kaffee Magazin leer Was ist das für eine Dreckswaffe? Ja, ich hab schon nahe WM Ich nehme die SKS erstmals nachkampf Ah, AKM Ähm, wie sieht's bei dem Status aus? Ah, der ist voll Spieler Oh Vor mir Der Tanne da Irgendwo hier Renn weg Der Tanne da Renn weg Typ ist hier Typ mit Waffe Heißt, ich hab nur die AWM erstmal Down, einer? Typ mit Waffe ist down Liegt da vorne Ja, ich seh ihn Das war der Langste mit Waffe, glaub ich Über mir Über mir am Hill Ich seh halt nichts Immer noch Da bleibt's mal in Deckung Der war irgendwie Oh, ich seh das sehen Ich hab ihn grad gesehen Ich hab ihn grad gesehen Ich seh da gar nichts Müsst du down sein? Hä? Loh, ich bin down Loh Uncansch da aber nur Uncansch, du bist nur Ich bin dead Ich bin nur Uncansches Ich bin tot Direkt tot One shot Ich bin das Ich bin das Schiff Ich bin das